ARD Text im Auftrag von Funk Bats! Manni! Hier für dich ein Geschenk! Ein Geschenk? Ja! Lass mich doch von diesen Tim Tams erzählen und dass die so wahnsinnig lecker sind. Na ja, dann hab ich die mal probiert, die Tim Tams, und dann hab ich gemerkt, dass die so wahnsinnig lecker sind. Du weißt, was das heißt. Okay, gehen wir Xbox spielen. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. Bewegungssteuerung und so? Fällig, ja. Okay, ich würde sagen, Runde 1. Wir fangen mit was ganz Einfachem an. Tennis! Welcher dennis? Ich war gut! Ich war gut! Beim Tennis schlägt man die Bälle zurück und weicht nicht aus. Oh. Okay, wir machen was anderes. Wir müssen ein bisschen aggressiver spielen, ja? Aggressiv! Aggressiv! Genau, deswegen spielen wir jetzt ein Spiel für echte Männer. Kung-Fu High Impact. Haha! Zwei! Und du spielst aggressiver. Ja! 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 Du kannst doch nicht bei so einem Kampfspiel auf dem Boden ding und beten! Du bist dein Mann! Feiermann! Nimm mich mal ein bisschen zusammen! Feiermann! Brust raus! Nimm mich zusammen! Brust raus! Brust! Ja! Also, jetzt in Runde 3! In Runde 3 legen wir nochmal richtig los! Runde 3! Runde 3! Was spielen wir jetzt? Liebmese! Liebmese? Liebmese! Da Perché? Haube! Ah! contouring banale entered Woodki! das건ні! imien! Tömermere, Tell us doch nicht unter dem, Tömermere, Strömermere, Yes, yes, yes. Ich war gut. Ich hab sie fertig gemacht. Ich hab sie alle gemacht. Ja, ich bin männlich. Ich bin männlich. Ich bin männlich. Ich bin männlich. Du weißt, du weißt schon, du weißt schon, du weißt schon, dass du sie hättest retten müssen. Natürlich. Du hast sie alle getötet. Und du hättest sie retten müssen. Pfff, neue Wege im Spielerlebnis. Man muss ja alles mal ausprobieren. Scheiße. Ich hol uns eine Cola, okay? Okay. Cola Zero. Ja, komm her. Komm her. Komm zu mir. Komm schon zu mir. Ja, gut. Braver Hund. Braver Hund. Ja, ja. Hast du fein gemacht? Fein gemacht. Wie warst du das denn? Ja, so süß. So süß. Komm mal, Männchen. Mach Männchen. Mach Männchen. Bist männlich? Ja, erst sei. Ja, danke. Web, mach Männchen. Vielen Dank.